warte kurz hallo und willkommen zu einer neuen Folge PUBG ähm, nein wir sind schon wieder alleine ich mach das nicht in der letzten Folge haben wir schon alleine gemacht und jetzt, heute äh, äh aber nicht jetzt jetzt spielen müssen wir es ist so manchmal verkackt ich will mit anderen spielen aber ich muss im Squad spielen aber dann spielt man ihm halt auch gegen 4 weißt du, 4er Squad ist kack ich hab immer früh so 6er ja, guten Tag Moin, Asterix, Oberlix hallo hallo hallo, nice to meet you hi, it's Maul tschüss, ja hallo hallo nee, ich bin nicht tschüss, tschüss nee, kann man habra, blablabla habra, blablabla ja, wow ja, wow so, jetzt haben wir aber so, jetzt haben wir aber ey, ey, das ist einfach der ist, der ist los fuß schwarbin lol Mann, kein Mensch will mit mir zum Pris'n Niiiice Doch, einer Schafft er nicht Doch, schafft er Irgendwas soll das Rucksack M4 Polizeiweste Was ist das, Red Dot? Ja, Red Dot als, ähm, ja Soll ich sagen, ne? Hey, hey, repug sie sich, oder kann ich nicht? Oh, schien, äh, nimm mich an Ah, wow Und? Irgendwas, nein, natürlich nicht Okay, einer ist oben auf dem Pris'n Wir sind alleine Gegen vier Leute Hä? Alles klar Ist ihn vielleicht gestört Ist überhaupt da nur noch drin? Ah, nein, kein Problem Ich bin direkt Wir hoffen jetzt einfach, er ist nicht mehr da. Wir verpissen uns einfach, also wir versuchen es. Hallo, hallo, okay ich habe ihn gesehen, aber ich greife ihn nicht an. Er muss ja irgendwann die weg. Das ist ein Motorrad. Das ist ein Motorrad. Das ist ein Jeep. 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 Er muss ja hier irgendwann freikommen, so oder so. Das ist ein Jeep. 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 Ich glaube, er ist vor uns. Das ist ein Jeep. 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 ob ich schießen soll ob der eben halt überhaupt hier noch ist kann auch direkt abgehauen hey guys Ich dachte, da wäre er ja noch. Anscheinend ja nicht. Falls doch, weil tut es mir leid, dann hatte ich keine Zeit. Weil ich muss fahren. So, wenn wir in der Zone sind, müssen wir gucken, wo wir, ähm, ja, hinterherbekommen. Wow. Jetzt können die noch überall sein. Ich muss leider noch mal nachgucken. Ich habe mir leider überhaupt nichts übrig. Ich sage, ich doch. Die Zone ist unterhalten, wie er schnell wieder eingeholt hat. Falls unser Schiff reicht. Na gut, die Kutcher ziehe ich. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bring das hier nichts. Ich habe hier nichts. Ok 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 Ach komm schon Irgendwas Wow Offenes Feld Wie schön Was ich mir auch gewünscht Wir können so die Neuze anabauen Ich habe Angst Vierer Squad Immer noch Und hier ist keiner Und wir haben noch kein Helm Ich habe noch kein Helm er sollte so riskieren irgendwann und? und? Schnell! Ich war auch nur noch alleine. Ein Magazin. Ein Magazin. Ein Magazin. Ein Magazin. Ein Magazin. Wir sind wieder in die Top 30 gekommen, aber leider haben wir wieder verkackt. Wir Teamrang diesmal 12 und es hat leider nicht für einen Sieg gereicht. Schade eigentlich, aber was soll man machen? Damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge von PUBG wieder übermorgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, tschau tschau.